ja jedes Jahr aufs Neue aber die sind wunderschön aber ich guck mal, ihr werdet mich auslachen, aber ich guck immer noch sehr gerne Beutel im Neum mit dem Weihnachtsmann guck ich auch noch recht gerne hehehehe kann man ändern meine Lieblingsfreunde ist bei bei Nachtsmann und Kogakee mit dem Rentierjungen mit dem Rentier mhm äh ich hätte welche reingemacht, wenn ich was gewusst hätte so beim nächsten Mal naja super was möchtest du jetzt schon wieder was möchtest du jetzt schon wieder ist nicht schlimm, ich mach's nachher wieder weg genau wieder dran es ist nicht schlimm es ist okay dann pass mal auf, dass du nicht reintrittst gut dann mach noch ein Malen nach Zahlen oder sowas es gibt heute kein Tablet wahrscheinlich mehr vielleicht aber ich denke nicht die die zerstört kleine kinderherzen ja das tut sich ja ertragene ja wirklich danke Adi ich steh hier danke Adi Kettensäge? Bin ich? Ja, ja. Hi. Oh, oh. Meine Haare ist fliegen. Hä? Ich guck erst mal, ob er ruine ist. Ja, aber auch ihn. Aber auch ihn. Ich bin zumindest betroffen. Ich suche Ruin-Totem. Ich bin wahrscheinlich nicht betroffen. Ich auch leider. Jetzt ist Brot gewonnen. Oh, hier alle. Jawohl. Warum hast du nicht erst angetestet, ob du Ruin hast? Ich repariere gar nicht. Nein. Aber in der Scheune ist immer gerne eins. Ich geh mal gucken. Hey, wie? Wie bitte? Mit seiner Seele. Nein, er war vor der Palette und plötzlich durch die Palette. Ja, aber das Ding ist nicht kaputt gekommen. Mann, ich hab's aufs Internet, Junge. Mann, scheiße. Mann, scheiße. Mann, scheiße. Mann, scheiße. Mann, scheiße. Ich hole gleich Katerin oder ich versuch's zumindest. Mann, wer mein Freund ist noch da. Mann, scheiße. Es hackt alles. Ich durchsucht einfach. Ich päinembe. Dennis, du bist sie schon ins Haus. tenha. Ich habe's gesehen. Ich habe ne Kiste durchsucht und die Kiste ist leer. Ah, jetzt ist sie voll. Warte, ich bin auf dem Weg. Kathrin, ich bin auf dem Weg. Ich rette dich, glaube ich. Leute, ich glaube, das werden wir alle hier verkacken. Ich werde für sterben. Huch. Ich habe es gesehen. Danke. Oh, ey. Wenn jemand Bock hat, könnte er mich hochheilen. Das wäre super. Ja, ja, ich komme, auch wenn ich verletzt bin, aber... Morpheus betoucht mich schon. Das ist der Wahnsinn. Ich finde das so irre lustig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, es ist ein bisschen traurig, dass wir Partyloopschlangen haben. Ich habe es gesehen. was ist da los? Was ist da los? Musik passt. Wir gehen noch. Ich weiß noch. Da geht es auch. Nein. Das ist das Problem. Da geht es noch. Das ist das Problem. Drei. Ja. Ich weiß noch nicht. ich kann mir nicht helfen ist mir egal wenn ich sterbe oder nicht aber ich hatte den killer betäubt habt ihr gesehen also ich habe keine drin aber ich habe ich profitiere ja davon achtung er kommt hoch denn es fängt am haken ich habe keine sorgen ich bin schon weggeportet ja natürlich wird deutlich schneller in der klasse das ist so als wenn die nurse portet nur dass er halt nicht durch wände kann brauche nein 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 annäherred niane ok habt ihr dass geschenkt Ich war die Treppe drei Meter oben und dann legt er mich im Keller um. Ich habe den voll ausgedrückt, war voll stolz auf mich, bin an ihm vorbei, renn die Treppe hoch. Zack, Bild stoppt, ich liege im Keller. Liegt es an mir? Nö, aber ich habe einen Haken verportiert. Ich habe einen Haken verportiert zu 500. Ey Leute, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Hallo. Ey Leute, Leute, ich komme hier dann. Morpheus, geh vor. Achso, okay, ich komme. Ich lauf einfach. Mann, Mann, ich bin nicht erst, Nico. Was? Huch? Huch? Was? Ich liege? Wieso? Was? Hallo? Ich liege? Wie ist das passiert? Hallo? Au! Jetzt habe ich eine reingekriegt. Was? Hä? Was? Oh, schön. Was? Ich bin... Nee, ich lebe. Warte, ich lebe. Ich lebe noch. Wollt ihr damit noch ein bisschen Wasser haben? Äh... Das... Das... Also... Das... Das... Vielen Dank.